Ich will da rein. Ich hab sie noch nie gesehen. Ja, weil ich 25 Jahre lang im Koma lade. Sie können hier nicht einfach so wieder anfangen. Warum nicht? Es gibt Tests, die Sie absolvieren müssen. Ich bin fickt im Schritt. Das hab ich noch nicht erlebt. Mit Bravour bestanden. Sogar besser als die Jüngeren bewerben. In den Tagen hat er auch deren Entwicklungsstand. Stell ihm jemand an die Seite, der diese Defizite ausbreicht. Das ist der Ex-Folieser. Das ist 25 Jahre her. Für ihn war das gestern. Baby, da bin ich. Du weißt schon, dass ich verheiratet bin? Der Gartenzwerg. Ein Vollblutpolizist. Schwer verwundet im Dienstleiter. Ich muss das Schwein finden, dass mir das angetan hat. Den Spaß wird doch wohl erlaubt sein. Sie sind so ein Idiot. Das glauben Sie ja nicht, wer Sie sind. Nämlich Priska und Kripo Essen. Ich hab nicht besonders viel Lebenserfahrung. Aber ein ganz gutes Bauchgefühl. Das unterscheidet auch gar nicht. Zwischen Ölaugen und Brillenschlangen sind nur zwischen Arschloch und kein Arschloch. Und Sie gehören mit Sicherheit in die erste Kategorie. Ich muss das einfacher ran. So. Ana Bis zumopa Notice. направiert. Untertitelung des ZDF, 2020